willkommen zurück zu let's play ww mit unseren hordejäger so nachdem wir das abenteuer abgeschlossen haben die nächste kampagne nächsten stützpunkt für uns freigekämpft haben für die horde natürlich wollen wir mal das land hier weiter abschließen dass wir mal demnächst in ein neues land kommen hier müsste der flugpunkt sein hier ist ja so dann gucken wir mal dass wir die aufgabe die knochen von die wärme als erstes abschließen die aufgabe weil ich wollte erst bevor wir ins nächste land kommen das land komplett fertig haben dann machen wir das nächste land komplett fertig dauert vielleicht alles bisschen länger ich habe es jetzt auch nicht eigentlich so wie andere die ich kenne direkt die haben direkt nach zwei tagen waren die level 120 oder nach einem tag schon direkt ich habe sowieso die zeit nicht so ganz so viel um zu zocken deswegen ich genieße das lieber und selbst wenn ich den ersten welt nicht gleich von anfang an mit kliere oder bisschen später erst ist vollkommen okay damit komme ich klar so aber hier kann ich irgendwas das ist es denn ist das da vorne das holen wir uns auf jeden fall das kraut das kraut holen wir uns okay das war klar dazu rufen was haben weiß und erklärt das schon für uns sagt das haben wir es jetzt ist aber auch mal schicht im schacht hier sehr schön und man mal auf wir müssen hier den weg da haben wir noch gar keinen flugpunkt da oben ist das hier lang ich glaube schon irgendwie oder ist das noch 1 2 wir werden es einfach mal sehen hier den weg müssen wir lang na komm wir mal hier lang uhr ok und plan b sehr schön sehr schön das kommt auch wieder auf dem mountain und ab geht's ihr seht es hier ist wieder ein kraut müsst ihr da ist das kraut das nehmen auch mit die guten dorn natürlich ein ich wunders gut die anderen sind wahrscheinlich das ärzt nehmen auch mit ich wunders dass hier noch so viel immer liegt dass hier nicht so viele leute farmen aber so soll gut für uns sagt nehmen wir mit außerdem gibt es auch schöne erfahrungspunkte so gucken wir brinnt ein feuerchen wir müssen die aufgabe um anklicken so zack wir sind ein paar die sind uns nicht wohlgesund ein instanz da gehen wir mal rein das sehr schön es kommen auch mal eine instanz gucken wir mal da ist noch ein schatz da haben wir so auch noch eine aufgabe sind sehr schön ich kenne mich hier nicht aus aber wir folgen den einfach mal ihr kommt zu spät fremdlinge der tempel ist in der gewalt von meinem meister wird bald das erwecken und dann wird das tollreich auferstehen dann wollen wir mal das tollreich wird nie auferstehen also das gute tollreich auf jeden fall aber nicht euer tollreich das wäre mal verhindern gehe ich ganz stark von haus ich habe kein oder noch ein anderer jäger ich brauche ein ziel sehr schön beschützt die priesterin lasst keinen durch ja wir kommen schon durch keine sorge wir machen das schon was wie findet ihr denn die instanz ich kenne ich sehe das erste mal ihr habt ihr so wahrscheinlich öfter schon auf heroisch und auf mythisch wahrscheinlich auch gespielt teilweise alle naja es ist zwar ein bisschen doof dass man zurück hängt aber trotzdem die verbündeten völkern einer freigeschaltet okay so ein bisschen doof dass man hinterher hängt aber ich ich spiele auch die anderen spiele le 17 macht mir auch gemacht massig weise spaß da freue ich mich auch dass ich da weiterspielen kann bald haben wir ja hoffentlich mal dead island abgeschlossen dann kann ich habe ich keine weitere folge von ls 17 da einfügen dann werden wir da auch zwei tage machen die woche so ford night haben wir auch unseren paladin unseren anderen jäger muss ich mal sehen dass wir vielleicht den anderen jägern nur mal alle zwei wochen oder alle zwei wochen samstags machen dann können wir den kloppen da kann man nichts raus okay so und weiter geht's da oben ich muss zuerst etwas anvisieren du hast das anvisiert aber die vollen relativ schnell gut das ist auch nur normal ist nichts oberschweres ich bin auch ein bisschen so nicht übernommen und zuerst etwas anvisieren okay dann geht es lang ich habe mich nicht aus ich folge den anderen einfach mal blutentumor 6 gold gold haben eigentlich mittlerweile knapp 150.000 ich brauche ein ziel ich brauche das ein bisschen verändern hier die multishot rein hier das ist schon ein bus dann muss gut trolle dafür die wärme im nächsten land antreffen die guten trolle ich musste erst etwas anvisieren ich habe auch sehr schön ich brauche ein ziel ich habe kein ziel da ist der erste boss so gucken wir mal ihr kommt wegen dem gold aber ihr lasst eure körper nicht wegen gold was ist denn los bei dir das finden ihr gehört mich hierher nicht welchen das rote gehen und einfach nur stehen bleiben ich habe keine ahnung wirst du einfach gerade nur auf ich musste erst etwas an wie sie hier schon besiegt geläutert werden ich muss euch danken dass ihr die priesterin umgebracht habt damit habt ihr meinen einfluss auf den tempel nur gestärkt es brennt das hoffe ich jetzt gerade nicht ganz so schlau aber wir kämpfen einfach mal ich brauche ein ziel ich habe kein ziel wird alle besiegt ein paar kleine mini raptoren und ein großer ich bin außer reichweite ich muss zuerst etwas anvisieren oder ist schon der boss da ist ja auch man das ist ja auch gefasst dass ich noch nicht angreifen er ist klar ich habe mir die sachen rein und ich werde weggeführt wo ist denn unser tier eigentlich das ist da oben noch orman stimmt da springt er nicht mit runter jetzt können wir auch schaden machen so und dann geht es gleich los aufbauen hier wir sagen es tut mir leid aber wir müssen dich besiegen alter mumien drache äh drache dino alter mumien t rex ich brauche ein ziel so haben wir ihn gesiegt raser wahnmächtiger loa vielleicht gibt ihr ein würdiges opfer für suel ab so viel ist aber glaube ich gar nicht mehr in der instanz haben wir die auch schon gleich erledigt ne ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren und weiter geht's ich brauche ein ziel ich habe kein ziel geht's dann lang hier lang ich habe keine ahnung ich folge einfach hier den tank mit ihr tier und die multishot rein er fährt uns noch ein ich brauche ein ziel ich habe kein ziel angriff jungs ich muss zuerst etwas anvisieren die linus sind ein bisschen ziel ich muss zuerst etwas anvisieren und wir werden wieder geführt oh man ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren wir wissen dass das was anvisieren muss ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel aber die instanz ist ich finde die schön aufgebaut so eine kleine anstheken stadt tempel macht spaß auf mehr ich habe kein ziel von dir auf mythisch plus die hauen bestimmt ganz schön rein ja guter wenn man wie das equip hat dann geht es natürlich besser weil bisher immer so ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren so und weiter geht's so ein bisschen das gebe ich das war mein fail was ich bin verwandelt verwandelt ich brauche ein ziel so was steht denn da hinten ein bus hier ich werde euch zerstören was wirst du noch nicht bereit raus da da wieder raus verliert ja keine leben wir müssen die vielleicht erst mal zerstören oder ich muss zuerst etwas anvisieren die müssen wir glaube ich erst mal zerstören vor erleben verliert ich bürste auf ihn darauf ich habe kein ziel vielleicht doch jetzt jetzt können wir schaden machen wir müssen ein bisschen aufpassen über das legen ichindest äh ich bring nochmal die tatsache rüber jetzt sowieso nur wir brauchen ein tier besieg dann bleibt nur die jester und über Wenn ein Volkan in Einzelteile zerlegt, macht nichts. Ich baue ihn neu. Aber wenn ihr stirbt, kommt ihr nicht mehr zurück. Beeindruckend. Ihr seid weiter gekommen, als ich gedacht hab. Aber ich werde trotzdem euer Blut trinken. Du wirst nicht unser Blut trinken. Das glaube ich nicht. So, dann wollen wir mal den Endposter Instanz killen. Ich werde eure Seele zerreißen. Zack. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. Da haben wir sie gleich besiegt. Dann haben wir den Stanz abgeschlossen. Ich werde eure Seele zerreißen. Ich habe kein Ziel. Löt eure Geister auslöschen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön. Ja, klar. Er ist schon, wo wir was haben. So, aber da haben wir die Instanz abgeschlossen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Jäger Tagari. Auf Wiedersehen und Tschüss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Jäger Tagari. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Jäger Tagari. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Jäger Tagari. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Jäger Tagari. Vielen Dank.